hey willkommen willkommen zu einem weiteren triple unboxing battle auf meinem kanal die haare sehen hier ein bisschen grubbisch aus hier vorne egal es geht hier heute um das duel das matchtags triple unboxing battle wir haben das erste kam richtig gut bei euch an deswegen habe ich mir gedacht komm nehme ich nochmal ein zweites auf die normale matchtags serie wir haben die matchtags action und wir haben die aller aktuellste matchtags serie die matchtags extra 18 19 also alle serien die es vom hause tops dieses jahr zur bundesliga gab drei tütchen pro also pro runde 1 matchtags normal action und extra wenn ihr das letzte verpasst haben solltet link dazu ist hoffentlich unter der video beschreibung genau also es gab schon mal ein duel heute gibt es noch mal ein duel mal gucken wie es heute endet es kann hier rein theoretisch auch 1 1 1 ausgehen weil dann wenn es so ausgehen sollte 1 1 1 dann müsst ihr euch unten in den kommentaren entscheiden welche serie soll den gesamtsieg mitnehmen aber so weit denken wir erstmal noch nicht wir legen los mit dem ersten päckchen und wir sehen es vor werder bremen angriff könnte max kuse sein und max kuse feiere ich ab normal in letzter zeit so wir starten mit ibrahima trauré tuliso von den bayern duck schwegler mario gommes die gut demme halstenberg sehr gut schmelzer putzen und es ist echt der gute max max kuse lege ich auch raus weil meiner meinung nach ist max kuse ein sehr sehr guter echt ein sehr 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 guter und deswegen lege ich den ja auch raus aber ob max kuse jetzt hier das 1 zu 0 zu 0 macht ist natürlich eine andere frage wir warten ab und öffnen hier den match text action booster wo ja auch wieder elf karten drin sind also die action serie hat einen leichten vorteil weil immer eine karte mehr drin ist aber ob das jetzt wirklich so ein großer vorteil ist sind dafür sind ja auch mehr zweitligisten hier drin preizl von bielefeld nils petersen ist in ordnung aber ob der jetzt besser ist als max kuse würde ich eher sagen nein sosa wolze okay timo werner da hut dann haben wir kuh kaminski kulowitz köln logo und ralf fährmann und ich denke mal das ding ist gegessen mit dem timo timo werner wink einmal ja max kuse gegen werner ich kann es auch mal vielleicht beim nächsten mal so machen dass ich einen zwei versus zwei triple unboxing battle macht sprich ich muss aus jedem 10er booster zwei karten so quasi zur auswahl stellen habt ihr lust drauf schreibt man unten in kommentare hashtag zwei versus zwei und lasst natürlich ein dämpchen da und falls ihr mich noch nicht kennt oder noch nicht abonnent seit meines kanals drückt einfach unten kostenlos auf den abonnierbutton einen youtube account zu erstellen ist absolut kostenlos und wenn ihr es gleich noch nicht dürfte fragt einfach mal eure eltern somit verpasst ihr auf jeden fall keiner meiner videos mehr und wir machen weiter mit dem extra extra booster mal gucken ob hier noch mal jemand kommt der timo werner schlagen kann alexander eswein würde ich sagen nein paren sind von union nein clemen von paderborn nein dennis geiger von hoffenheim nein im vogel von leipzig nein atanga von fürd nein kite der ruhe von fürd nein salai nein mckenny von schalke nein und pierre michelle sogar als hetrick hält ja also nein also das war nur ein spaß aber la sorge als hetrick hält richtig geile karte finde ich irgendwie feiere ich la sorge man irgendwie feiere ich la sorge und das ding ist ja klar wie das hier ausgeht 0 zu 1 zu 0 die matchdags action serie ich habe vorhin auch noch gesagt sie hat keinen vorteil und jetzt macht sie den ersten punkt mit timo werner wir gehen rein in die zweite runde mal schauen wie es jetzt hier weitergeht askagiba von stuttgart pascal köpke von berlin nico schulz für mich jetzt bis dato am besten so bottgar schwolo wolfsburg logo patrick herrmann stamboli guia wogi und maxim und für mich setzt sich auch der nico schulz hier aus dem päckchen durch also bis dato bis dato ist er meiner meinung nach der beste im normalen matchdags booster und halt auch aktuell in der runde liegt aber daran dass ich die anderen päckchen noch nicht geöffnet habe logisch 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 so nazaro von aua dann haben wir asano dann haben wir torgen hasard der ja angeblich nächste saison bei dortmund spielen soll habe ich niemals mitgerechnet dass der nach dortmund ich hätte gedacht premier league lockt komplett wegen money 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 jaden sancho also aus unserer seite sage ich mal so als fans sagt es sagt man es einfach immer so leicht aber wieso wechselt in der premier league alles nur wegen geld aber wenn man selbst in der position ist und jetzt einfach das sind nur beispielswerte jetzt bei gladbach vielleicht keine ahnung 50.000 im monat verdient oder 60.000 und dann in die premier league wechseln kann wo er dann vielleicht im monat 200.000 verdient also wer würde da aus unserer lage sage ich mal nein sagen ich finde es extrem sympathisch dass torgen hasard zu borussia dortmund ja gesagt hat muss ich ehrlich sagen muss ich muss ich echt sagen der hatte sicherlich nicht nur angebote aus deutschland sondern auch in anderen ländern ist der torgen hasard bekannt alleine schon wegen dem nachnamen hasard und so schlecht ist der torgen hasard ja auch wieder nicht so dann haben wir hier neerik dann haben wir bielefeld logo und dann haben wir noch ein hanno behrens vom klub ja also jane sancho oder hasard ist eigentlich egal ich lass erstmal beide draußen liegen beide würden meiner meinung nach nico schulz schlagen aber es kommt ja noch auf an was wir hier im match text extra booster ziehen vielleicht haben wir dann noch mal den ohhhh limmi waldemar anton von hannover 96 sehr sehr geil äh teuchert von schalke schleusener horn fernandes cousins weidand dann haben wir kojen vendell und lukas heretzky ja heretzky würde ich sagen ist der beste aber ich würde auch hier sagen dass keiner hasard oder okay vielleicht ja ich gebe hasard den punkt und ja ihr wisst ja wie das jetzt ausgeht weil das ding ist jetzt schon vorbei wieder leute das ding ist jetzt schon wieder vorbei weil die match text action serie jetzt schon wieder mit zwei punkten führt was ist hier los man was ist im match text action booster los 0 zu 2 zu 0 also wir müssen jetzt nur noch herausfinden wer auf platz 2 kommt wenn jetzt wieder die match action serie den punkt macht dann müsst ihr euch entscheiden wer kommt auf platz 2 obwohl wir keine torschützen haben ihr entscheidet euch trotzdem platz 2 und platz 3 platz 1 steht ja jetzt schon fest match text action gg aber mal schauen was hier die letzte runde noch mal aussagt timofi schendler und ich glaube ich habe eine club ein ja club 100 ihr seht es hier oh shit oh oh gucken welche es sein wird timofi schendler archipka mark reiter welkovic augsburg logo und wir haben jiri pavlenka als club 100 karte upa meccano neuer felix groß und ostulek jetzt ist die frage die frage aller fragen jetzt habe ich ein gutes beispiel jetzt hier wir haben zwei torhüter jetzt kann man die karten nämlich gut vergleichen jiri pavlenka ich würde sagen wenn man die aktuelle saison sieht ist pavlenka besser als neuer aber wenn man die gesamte karriere so sieht dann ist natürlich manuel neuer besser ich lasse mal beide draußen liegen vielleicht haben wir match next action booster mal wieder komplett eine komplette eskalation kann ja alles passieren komplette eskalation startet mit jones von darmstadt mateta von mainz rawe von freiburg dann haben wir akolo von stuttgart sand sandro wagner von den bayern paulino von leverkusen jensen von augsburg usami von düsseldorf dann haben wir duljevic von der von dynamo dresd niederlechner matchwinner und mike franz freiburg als halbtransparente kapitänskarte ja also hier würde ich ehrlich gesagt niemanden rauslegen weil halt alle jetzt nicht so überrangt sind also es gibt auf jeden fall eine entscheidung ihr müsst euch somit nicht unten in den kommentaren entscheiden wer jetzt hier den zweiten oder dritten platz mitnehmen soll weil es gibt eine entscheidung dong wangi drechsler ante rebic holler der waldfrosch ilzanka glatzel glatzel ist doch der der heim heim heims überragender mann knöll kärsch baumer von ingolstadt nur ich schein grifo und albernotz von hannover 96 das ding ist auf jeden fall mal so weit durch dass wir auf jeden fall die entscheidung haben zwischen rebic gegen pavlenka oder neuer und ich würde alleine aus dem grund ante rebic den punkt geben weil es einfach sein ja ist also rebic und frankfurt und das ist einfach sehr sehr geiles also man kann es echt sehr gut verfolgen die eintracht das eintrachter das frankfurter spiel deswegen gebe ich jetzt hier einfach mal ante rebic den punkt weil der gesamtsieg ist ja eh schon klar die matchdex action serie hat eh schon gewonnen hat ja schon nach der zweiten runde jetzt hier den gesamtsieg mitgenommen also gg an die matchdex action serie mir jetzt mal wieder richtig viel spaß gemacht die das twiddle unboxing battle schön mit den drei matchdex serien das macht immer richtig richtig laune in meinen augen wenn es euch gefallen lasst ein like da lasst ein abo da und dann sehen wir uns auf jeden fall beim nächsten video beim nächsten oracle beim nächsten battle beim nächsten unboxing wie auch immer ihr wisst es ja ihr kennt das ja checkt eure abo box aus aktiviert die glocke ich bin jetzt hier raus haut rein und tschüssi abo box aus aktiviert die glocke und abo hell und Untertitelung des ZDF, 2020